Man könnte sich jetzt so schön auf dem Sofa ausruhen, aber nein, wir müssen den Guten ja noch einbalsamieren. Richtig. Und irgendwie scheint er auch regelrecht eingefroren zu sein und darauf zu warten, dass wir ihn einbalsamieren. Wahrscheinlich auch in dieser Stellung. Ja, aber da guckt der kleine Arm. Also der macht hier hui 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 und so. Stimmt. Von hinten sieht es ein bisschen so aus, als würde er mit der Fackel eine gewisse Tätigkeit ausüben. Ja. Sind wir schon wieder beim perversen Dich immer. Ja, aber echt. Ah, da habt ihr Feuer und was ist das? Das ist ein Tür. Ein Tür? Ein Tür. Ich schenke dir ein E. Okay. Ja. Sieht ja nett aus hier. Und hier haben wir noch ein paar ähnlich wie Hieroglyphen. Wunderschön. Ah, Ägypten. Ich liebe Ägypten. Ich auch. Oh, oh. Äh. Er rennt vor. Ja. Dann renn mal. Oh, was ist das für ein Viech? Ach, guten Tag. Hi. Hi. Ach, da ist auch noch mal einer. Bei ihm brennt die Fackel. Der andere konnte sich kein Feuer leisten anscheinend. Oh, der hat aber gerade eine schöne Bewegung gemacht. Ja, hat er? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ja, so mit seiner Fackel so die ganze Zeit auf dem Arm. So, äh, jetzt geh mal weiter. Ah, geht's da hoch? Nope. Noch nicht. Ist ja scheiße. Hm. Ist das da vorne auch eine Tür? Sieht aus wie ein Kühlschrank. Ja, irgendwie schon. Habt ihr hier irgendwelche menschlichen Sachen? Kann man Winston wieder einfrieren? Eh, warum haust du ab? Na ja, gut. Das finde ich ja doof. Kannst du den eigentlich anschießen? Dann werden die bestimmt böse. Das sollten wir nicht tun. Ach, übrigens wurden wir schon von der lieben Mimi gewarnt. Beziehungsweise, ja, was heißt gewarnt? Sie erwähnte etwas von einem Unterwasserfahrzeug. Mhm. Oh je, Mimi. Äh, geradeaus oder links? Ich würde mal links sagen. Okay. Dann gehen wir nach links. Ist das... Ist die schon offen, oder? Hm. Oh je. Okay, aber da rutscht man... Oh Gott. Ähm, Moment mal. Wir speichern. Und gehen einfach mal da runter. Hui! Decke? Ja, es war so klar. Äh, sie scheint... Ach nee, sie ist tot. Es war so logisch, dass die Decke runterkommt. Irgendwie? Oh, schöne Perspektive. Yes. Das dachte ich auch. Schnell! Schneller! Lara! Du hast so viel Zeit, ey. Bitte nicht nochmal. Oh, danke. Da ist ein Schalter. Yes. Hallo? Was hat sich jetzt getan? Keine Ahnung. Äh. Ach, da kommen wir da hoch. Irgendwie ist das Level jetzt schon verwirrend. Ja. Ach, nö. Ach, okay. Ähm. Erstmal runter, oder? Weil da ging's ja auch noch weiter. Sah zumindest so aus. Hm. Oh, ja. Wir sind ja im... Was ist das denn? Oh, oh. Äh. Oh mein Gott. Das war jetzt nicht nett mit der Kamera. Hat man jetzt gedacht, oh, fliegt man jetzt runter? Ja. Ach, okay. Da geht sie so natürlich wieder nicht hoch. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwas. Denn wir täten ja auch gerne mal ein paar Sekrete finden, ne? Ja. Da rechts ist auch noch was. So ne kleine Dings. Mhm. Gibt's da irgendwas? Nö, da liegt nichts. Aber Wasser. Ja. Ja. Oh Gott, äh. Wo wollen wir denn jetzt zuerst hin? Ja gut, zurückkommen wir ja sowieso nicht mehr. Und darunter kommen wir auch noch nicht, glaub ich. Warte, häng dich mal da dran. Nee, und hochkommen tun wir auch nichts mehr. Ich glaub, wir sollten erstmal da rüber, oder? Warte mal. Ist hier wieder unsichtbarer Stacheldraht, oder so? Ja, mhm. Oh Gott. Okay. Das ist aber nicht nett. Ach du Scheiße. Ach, da ist auch Stacheldraht. Da brauchen wir gar nicht hinzuspringen. Ja, wir kommen jetzt nicht mehr nach oben, ne? Uff. Oder? Da ist auch Stacheldraht, dann ist das hier die einzige Möglichkeit. Ah nee, da geht's wohin? Vielleicht kommt man dann so wieder nach oben. Vielleicht. Ja, muss ja irgendwie, weil sonst hängt man hier ja fest. Ach, ein Secret. What? Ja. Ach, MediPack, wir haben doch so viele und fucking... Ich meinte natürlich Zigarette. Ja, super. Und nun? Wir kommen hier doch nicht mehr weg. Ja, wir haben nen Secret. Ah, ah. Hä? Uno Momento. Ah. Ah. Das ergibt Sinn. Ach, wetten, wir sind jetzt auf der... Da springt sie doch niemals hin. Nee, aber da hoch kann sie sich doch noch hangeln. Da hoch, ja. Stimmt. Was du wieder alles siehst, das sind wieder so Sachen, die sehe ich nicht. Ja. Bräuchten sie mal eine Brille, ne? Ich habe eine Brille. Hoppala. Ja, die ich aber nie... Dann eine stärkere. Ne, ich trage meine Brille nie, was sehr logisch ist. Nicht. Aber gut, hierfür würde ich die eh nicht gebrauchen können, denn ich bin kurzsichtig. Das heißt, ich kann auf kurze Entfernung sehen, aber weit nicht. Okay. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ja, schöne... Äh. Schöne, ähm, Itten. Da kommen wir doch jetzt never hin. Wie könnte man schön icken? Boah, da kommen wir doch nicht hin. Ja, hä? Das ist aber... Ja, das war klar. Oder wir müssen doch von unten da dran springen. Ja, ist doch gut. Das sieht aber alles so komisch aus hier. Nee, das schafft sie doch niemals. Das ist zu hoch. Hui. Geht's denn hier auch nochmal hoch oder so? Nö. Nee, wir laden jetzt zu voll da oben wieder hoch zu klettern. Ja, aber so schief springt sie nicht. Guck dir mal an, wie schief das ist. Kann man sich irgendwie hangeln oder so? Nee. Und das Blöde ist, dass sie... Nein. Oh Gott, diese Kamera. Pff, vergiss es. Ähm, äh, ja. Oder man springt halt einfach gar nicht. Ich hab aber auf die Sprungtaste gedrückt. Oh, ey. Alter. Macht mich das gerade wahnsinnig hier. Also, Leute, für all die lesbischen Zuschauer hier... Ja, oder für die... Ist das für euch ein... Für die Männer? Ja, stimmt. Ja. Stimmt, stimmt. Ja, hä? Nee, das vergiss es. Also, hier muss es einen anderen Weg geben. Aber welchen? Sie wird hier ja überall verrecken. Das ist ja nett. Ja, sie kommt ja nicht mehr nach oben. Das ist das Problem. Ah. Was ist echt, wenn wir mal rüberspringen? Einmal testweise? Da ist Dacheldraht, aber gut. Wenn du das möchtest, dann können wir das mal tun. Siehst du? Scheiße. Da sind wir ganz schön Dote. Ja, Xingxian, da kommen wir doch nicht hin. Kann man sich vielleicht hangeln an der Decke? Nein. Ja, und ein kurzer Sprung wird nicht reichen. Ah, okay, okay. Okay, okay. Das reicht. Okay. Ein kurzer Sprung wird nicht reichen. Ja, ist ja meist so. Und immer das, was ich sage, ist falsch. Ist dann richtig, meinst du? Ja. Wetten, wir knallen vor die Wand. Ja, das ja. Mal zurück, Lara. Oh Gott, diese Kamera. Ja, I'm so sorry. Ich kann selber nichts dafür. Jetzt halt dich da fest und Dankeschön. Ach, das geht doch. Ah, jetzt kommen wir, da wollten wir eh hin. Richtig, genau. Hier wollten wir hin. Dann speichern wir nochmal lieber. Aber wie kommen wir jetzt diese Schräge da wieder hoch? Die war ja ziemlich lang. Hm. Ah, Moment, hier konnte man klettern. Ja, ja, ja. Wollte ich grad sagen. Da war doch was. Und das Ding hat sich geöffnet durch den Schalter wahrscheinlich. Das Ding über uns. Das da. Ach, da ist auch schon wieder Stachel gedöns. Echt? Ich seh das gar nicht. Neben uns. Ach so. Hinter uns. Oh. Ähm. Noch ein Medipack. Okay. Na, würdest du's bitte nehmen? Nehmen wir ein Laden mit. Ja, wir haben eh, wir könnten auch mal eins. Ja, wir könnten mal eins nehmen von den zehn Stück. Alter. Wo sind wir? Ähm. Ah, kann das sein, dass das der andere Gang gewesen wäre? Spring mal hoch. Äh. Ja, mhm. Ja, doch, das ist der andere Gang. Ja, sieht so aus. Ja, klar. Oh mein Gott. Okay. Vielleicht war das eine dann nur für ein Secret. Und dann sind wir jetzt halt wieder hierher gekommen zum offiziellen Weg. Ja. Dann würd ich sagen, klettern war mal ne Runde. Oh, ist ja nicht so hoch. Nur ein bisschen. Aber dass dieser Stacheldraht so verbuggt ist, ist irgendwie lustig, ne? Ja. Aber das ist auch wirklich, ja gut, vielleicht könnt ihr uns das ja mal sagen. Habt ihr bei noch nem irgendeinem, äh, 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 ja, genau. Guten Tag. Habt ihr bei noch irgendeinem anderen Let's Play oder vielleicht bei euch selber auch diesen Bug gehabt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Und mich würde mal interessieren, also wir hatten ja in dem letzten Level, konnten wir ja da nichts einsetzen. Aber hatten noch so ne Münze oder so ein Sternfragment. Mhm. Ähm, da hab ich jetzt geschaut bei 15 anderen Let's Playern und so und das war bei denen nicht drin. Also wir hätten keine Chance gehabt. Das war also bei dir auch wieder verbuggt. Also war, ähm, war der Stern praktisch schon eingesetzt, laut meinem Spiel? Genau, aber die Tür hat sich halt einfach nicht geöffnet, weil sozusagen noch nichts signalisiert wurde. Oder so. Okay. Ah, da, naja, wir kriechen erstmal weiter, oder? Ja, da oben war ja eh nix. Glaub ich. Mal gucken. Aber wow, guck mal, also man merkt auf jeden Fall, dass wir im ägyptischen Museum sind. Boah, da will ich auch gern hin. Mhm. Ich liebe ägyptische Mythologien und so'n Scheiß. Na, was ist dein Lieblingsgott? Äh, eigentlich... Hier läuft einer. Eigentlich Isis. Isis? Isis. Lara, gehst du hier vielleicht runter, bitte? Oder diese Bastet da. Die Katzenfrau. Oh, Lara will hier nicht runter. Was haben wir denn mit dir? Oh. Sie will nicht da runter. Naja, dann... Dann soll's nicht so sein. Nö. Müssen wir dann wieder zurück? Keine Ahnung, vielleicht ist ja hier in diesem Zwischending noch irgendwas. Wie weit geht denn das bitte runter? Guck mal bitte kurz runter. Ach, Scheiße. Ja, man sieht, äh, Laras Zopf. Aber man sieht ein bisschen was. Also, wenn das Ding hier einbricht... So ist's denn hier... Ah, da kommt man hoch. Ah. Und schon wieder ein Medipack. Wow. Ach, wenn man die Dinger nicht braucht, dann wird man so damit zugeballert, aber wenn man sie braucht, dann findet man kein einziges. Das ist eben nicht so. Also, ich wär froh, wenn ich bei meinen LP so viele Dinger hätte. Oh. Äh. Guten Tag, wer sind Sie denn? Okay. Herr, hinter uns war auch noch irgend so ein Vieh. Das ist ein Typ. Ja, schöne Tür, ne? Ja. Ja. Finde ich auch. Komm, wir machen mal eine Runde mit. Ist es nicht schön, einfach nur gegen die Tür zu laufen? Das neue Hochzeitspärchen. Ja, echt, ey. Ah, diesen Block kann man anscheinend verschieben, aber was bringt das? Weiß ich nicht, vielleicht ist unter dem Block irgend so ein Item oder so? Ah, man kann tatsächlich verschieben. Ich hab mal einen Block gesehen, den man schieben kann, sonst bist immer du derjenige. Boah, Applaus! Yay, ich freu mich. Hat der Gute ja eigentlich irgendwas verloren? Ey, das Ding sieht aus wie von Anniversary da. Ja, dieses Chakra, ne, Chakram war bei Xena. Äh, dieser Sion von Atlantis. Ah, okay. Wo das dritt war. Hier liegt aber leider nichts. Ja, und wenn wir den nochmal schieben? Weil hier der Boden war ja anders in der Mitte. Es hätte ja sein können, dass der irgendwas auslöst. Und hier über uns ist nur eine Lampe, das heißt, da kommen wir auch nicht rein. Hast du irgendwas gehört, dass sich was getan hat? Mh, mh. Können wir denn... Nein. Okay. Och, Lara, du könntest den wieder so einfach erschießen. Mach es doch. Aber sie tut es mal wieder nicht. Hallo. Natürlich muss man ihn erst reinlassen. Stirb. Ich empfang Gäste auch immer mit der Waffe. Ach, deswegen hast du so wenige Besucher. Wir könnten mal wieder Medipack. Haben ja genug von den Dingern. Richtig. Und auch mal wieder speichern. Am Ende sind wir übelst verschwenderisch und haben gar keine mehr. Okay, was ist denn da? Ach, hier wäre man dann... Das war die Stelle, wo sie nicht runter wollte eben. Wow. Da geht doch einfach runter. Ja, und hier das, äh... Nö, das ist nichts. Das schiebt sie nicht und das zieht sie nicht. Das schiebt sie nicht. Okay. 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 Vielen Dank.